Los Raffi, Raffi. Los darf man jetzt Raffi. Ah, dann zau ich mich fest. Hey, willkommen in unserem nächsten Video, wie heute bei WWE 2K19. Niedługo wyjdzie nowa 20, a my w końcu musimy to skończyć, więc trochę to rushujemy. Może zrobimy odcinek godzinny, specjalny. No, Rengar dobrze zrobi, położył się butelkę z ekranu. I let's go. Albo nie let's go, może wyładuję w końcu. Ładuj. Go to ring, nie gadamy z nikim, nie poczujemy. Oj. Ok, stop coming along. Bum, bum, bum. Woooo! Aha! Elimination of it. Bum, bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Evolution is a mystery. No? Bum, bum. Evolution is a mystery. No? This is foes of history. Bum, bum. Bum, bum. Los geht's! Los geht's! Los geht's! Das ist es! Für den letzten Jahren Triple H versucht alles, um zu beurteilen Buzz zu machen. Und jetzt ist er zu seinem letzten Resort. Gull gewinnen heute Abend. Evolution! Oder die neu geformte Buzz-Kills! Wir versuchen es herauszufinden! Batista! 못 sein! Es gibt! Ein Bure松! Lass mich jetzt! two der crawler! Ein Bure松 ist! Fertig Simulator. so! Reinhard... und so sieht er immer wieder so. Und jetzt? Was die warte? Das ist ein einfaches Kuliec! Der Kug ist er gemacht. Er schnappt ihn durch die Rinde! Das ist ein Blok von der Bezüge! Aber die Zeit! Das ist wie ein paar Wielfaltz. Das ist wie ein paar Wielfaltz. Bautista, nein! Ich bin sicherlich, und ja, etwas demonisch. Das ist Finn Balor. Überall wir sprechen über 2015-Milcoms NX-T. Der Jahrhundert Wielfaltz. Der erste Mann, der sich den Wielfaltz. Wielfaltz. Was ist ein WDF-Kampion? Was ist ein WDF-Kampion? Was ist ein WDF-Kampion? In WWE gibt es nur noch ein Chaos außerhalb des Rings, wie es innerhalb des Rings. Wenn ich mit Saxton arbeiten, ist definitiv eine confidence in der Mischung, dass ein Mann sich selbst erinnert, dass ein WDF-Kampion ist, dass ein WDF-Kampion Finn und ein WDF-Kampion King Balor ist. Finn kann auch, wie gesagt, etwas demonisch sein. Es ist ein WDF-Kampion, ein WDF-Kampion, dass ein WDF-Kampion ist. Es ist ein WDF-Kampion, Wenn jemand an diese Sachen verletzt, dann ist das definitiv ich. Das könnte sein. Das könnte sein. In 2016, die New Day haben sich in der Mitte einer schwäbsten Rivalri mit den WDF-Kampion. Ja. Nein! Nein! Das ist ein WDF-Kampion, aber was folgen ist, was nichts, was nichts zu erwartet. Ich bin jetzt. Was machts das? Das ist ein WDF-Kampion? Nein! Powerbomb! Wir sprechen über sechs Mannen Tag-Matches und vorhin über etwas, das hat sich über die Anlegung der ganzen Welt. New Day hat es in der WDF-Kampion von der WDF-Kampion und einer Krieg in der WDF-Kampion Aber Batsyste, ich lege. Ich weiß, was das passiert? No. Fuuu... Aber er hat er... Ja. Es kann sagen, dass both Miz and Ambrose zusammen mit ihren Okay, okay. Nein! Nein, Triple H! Nein! Sieg, guap go! And that was all she wrote. There are instances when a six-man-tagged man between the teams and the superstars have not always seen eye-to-eye. Or in the... Styles, Styles rolls through! Oh, yes! He's in the driver's seat now. Will Triple H even be able to continue? How could you question the game? Corey, earlier you talked about what needs to happen when members of a six-man team have differences or had differences in the past. If the team can't find a way to get on the same page, they will not last very long. Someone of the team has to step up and make sure for at least that match. Everyone of the team can work together. That's easier said than done. Just because superstars might be favorite of the WWE Universe or have a common enemy, that doesn't mean they'll get along. It also doesn't mean that any past issues will magically go away. In this business people have long memories, so if someone sees an issue on their team, they need to resolve it right away. They need to resolve it right away. Ooh, what impact? Privileged for some reason to worry here. I think it's safe to say that the action so far the six-man tag team match is exactly what we expected. The good news for him is that he doesn't appear to have taken time offence up to this point. Uh-oh. Uh-oh. Oh, oh. That's all right. Uh-oh. Oh, oh. He's the only game. Why are we the biggest players on their team? Obviamente, it's a six-man tag team match. We're not in the Triple H. We won too. We're still not in our team. We're still so good. Oh man. We have enough talent behind that kick. Ja, Mann. Ja. No! Yuck! Da ist es! Wuuu! Bitte für ihn. Visco. Mayakale! Wooo! When this guy's on, look out. Nice job getting out of the way of that one. And it's Batista with the reversal. AJ Styles beginning to peter out here. At this point I'd say he's probably better off taking Five Buster! Nice, shut it down. Oh man, AJ Styles is in trouble. Oh, and he connects. There's no reason to lose your foot It's not a move like that. Come on, toughen up. That's the first one. He wants to do this in the ring. No, no, no. No luck against Batista there. Oh my God, that's the impact. No, no. Six of WWE's most alpha personalities. All completely in the same match. There's a good chance. This one ends deteriorating sooner than later. No luck against Batista there. Dobra, Finn Baler. Dobra, Finn Baler. Wow! Wow! Oh! Randy Orton now! Oh! Take it off his feet here. With movement movement that makes him so dangerous. Oh! Oh. What Randy Orton is doing? No. Oh! Oh! Oh, come here. It's about as bad as it gets for him. It's like he tapped into some unseen energy source. You've got to believe this one's over. No! There's a tag. Opponent off the ropes. Big backdrop. Oh! 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 Oh. Oh! 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 Oh, das alte Zizzler! Das ist so schön. Er schützt sie runter. Oh, wie resilient das war. Ich bin in Schock. Was wird es dauern, um diesen Mann zu halten? Es gibt nichts! Es gibt nichts! Black Bass! Was ist passiert? 1, 2... Nein! Es gibt nichts! Nein! Was ist der Suplex? Ok. Kontra! Es ist ein Biss! Oh mein Gott! 1, 2... Nein! F***! F***! Oh mein Gott! Er ist ein Biss! Oh mein Gott! Er hat viele Rezungen, um zu beherzieren. Ich kann nicht! 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 Er macht eine Beziehung mit diesem Angriff. Und AJ Styles zeigt ihnen, wie sie es tun haben. Ich kann nicht! Oh mein Gott! Er ist ein Woller! Ich kann nicht! 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 Ach so, ich kann nicht! Ich kann nicht! Eee! Ich kann nicht! Oh mein Gott! Und dann ist eine Kurseber friedlich! Ja ma! Das war's! Das war's! Jan Jordan hat das Westerbein. Gautista Baum! Und da ist es, Freunde! Er geht nach den Händen! Das könnte sein! Nein! Oh! Oh! Das ist ein Schraub! Das könnte sein! Oh, das ist nicht das. Das ist das. Oh! Dass du crossline! Das ist das, das ist das! Was ist das? Nein! Sie müssen die Schaden auf machen. Sie haben nicht die Schaden. Sie sind die Schaden, die sich in der Schaden schaden. Sie sind die Schaden. Sie müssen sie nicht aufheben. Sie können sie nicht aufheben. Sie werden alle schaden. Daesh, AJ Styles Daesh, Signature Zbiliście O nie, co dobra Zbiliście AJ Styles Zbiliście 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 Bawio Zbiliście 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 Chodź Chodź Oh, on był to dobra N Luk który czuł I ensure zbiliście Fukайте nie, Zbiliście Chodź, Patrzenie Dobrze Nie, tamleneigning No tavczczego Do widzenia A.J. Stiles mit einem tollen Reversal. Tag Team! Wo ist die Tag? Opponent auf die Rubs! 1... 2... Oh, ein Kick-Out! Ich kann nicht glauben, was wir hier sehen. NIE! 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 NIE, wie Sie ihn am TORTORUJEN! Ich kann es nicht ausfângen. Ich kann das nicht ausfüllen. Ich kann nicht nur die Knie enthüren. Ich kann es noch nicht machen. Ich kann es nicht tun. Ah! Jetzt! Oh, verdammt! Nein! Nein! Geh! 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 Nein! Nein! Nie żyje. Hotek! Nein! 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 There's the cover! Oh my god! I just... I just... I just... I just... I just... I don't know. I can't do that! I can't do that! No! Das ist das, wie sie mich nennen, der Hotshot! Manöver wie das ist eine großartige Weise, um die Städte zu drehen. Das könnte es sein. Wow, er hat ihn raus. Oh, er hat ihn zu rechts. Okay! Nein! Was machst du? Nein! Randy Orton. Was finisher'y masz, zrzuca z tym. No! Ja jesz! Otec, tu jestem! Tu jestem! Tu jestem! Tu jestem! Yes! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! I... O Jezus, wirotowy! Aaaa! Dajem! Shotek! Dobrze działał! One! Two! Nie! Kurwa! To Fuletowy, ich nie widziałem Fuletowego! No! To Fuletowy, ich nie widziałem Fuletowego! No! And it's Batista! No! Aaaa! Nie żyje. Chyba. Myślę, że HotTech taki dobrze działa. Dobra, wstaję. No! 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 Kurde! Dajesz! Dajesz! Kurwa! Dajesz! Zatlen! Dajesz! I... Du... And... Sie Ally! Inca! O, boze! Hu, muurdee! Ja. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh. Właś tu całą energię, którą mam. Szary. I... Aaaa. Myśleś szary i szłep mi umarł. Oh, w końcu. Dobra, twoja kolej. Masz dwa finishery, zrób coś z tym. Nie do wiary. Dobra. We want none. Ach, jak ja wpieprzyłem Hilo Klusek teraz ze Swagetii. Jestem taki na żarty. Zrób. O, fenomenal formu. Dajesz. 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 Two. Wuuuuuu. Ale to było meczarnia z Batistym. Batisty nie mogliśmy upieprzyć. Co? Co? No co, wyklop, nie? Nie. Nie. Two. Three. Oh my God. Nie. Nein! Nein! Wir haben den Pass. Nein! Oh nein! Verdammt! Nein! Wirklich, nein! Wow! Ich habe alles gesagt, nur nicht das. Okay, ich gehe nach Lod. Ich muss etwas zu essen. Ich kann es nicht. Ich bin nicht sicher. Ich gehe nach Lod. 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 Oh, ich gehe nach Lod. Ich gehe nach Lod. Ich bin sicher, dass du meine Texte und ich wollte, dich in Person zu lassen. Ich habe das mit den Ägerns Stylzen gelegt. Ich bin sicher, dass du ihn mit einem Wunschstelzen hast. Aber in der Konstellation, du kriegst eine Chance für einen Revenger für ihn. Bei den WrestleMania. Ich gehe nach Lod. Oh, ich gehe nach Lod. Ich gehe nach Lod. Gut, wir gehen nach Lod. Jetzt gehen wir nach. Dann gehen wir lange hin. an unsere W Wellertalität zu iPhones, gegen Finn Balor. Wer wird nach Süsschlügel gewbar. Das war gut. Das ist nicht so. Nein? Wie? Es ist zu früh. Ja, es wird mehr als das. Sprock Splash! Ja, das auch. Und nur Kontrolle. Wo! Nein! Was ist weg? Es ist weg. 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 Das ist weg. Es ist weg. Es ist weg. Ich bin nicht sicher, wie viel mehr erinnert. Oh, wasser Impact? Wow, die Leute sind auf der Seite der Seine... ... und Finn Balor rauskommt. Ja, es ist zu früh. Balor schießt aus dem Pinfall, wie ein Böckchen. Kein Mensch die Zeit der Zeit. Kein Mensch wie dieser Mann. Wie hat Finn Balor zurückgebracht? Ich bin nicht sicher, wie viel mehr er hat. Ich bin nicht sicher, wie viel mehr er hat. Die Hoffnung hat er auf seinem Gesicht, nicht! oh nein wie viel Kontrolle dieser match natürlich nicht in der richtige Richtung für ihn er braucht einen Veränderung in Momentum und schnell er ist hier hier ich erwarte ich nichts weniger ok ich glaube ich es nicht verabschiede ich lege hier aber ich habe mich einfach Ich habe es geschafft. Und... Leer jetzt. Moonsault! Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Nein! Oh, wie ist das? Nein, ich habe es geschafft. Finn Balor auf der Bühne Hier kommt es! Spier! Oh, nein! Wirklich nahe, zu nahe für Kupfer! Ja, aber er ist schmerzt, Leute! Okay, jetzt? Nein, ich mache das so. So, so, so. So, so. Wirklich! Was ist hier? Kumpel! Let's go! Uuuuuh! Uuuuuh! Legez! Zajemy! Kończymy! I... Uuuuh! Ok, it's red, I won't win. I really don't know. Easy! With all the oil. And you can put this singles match in the books. Now let's take another look at these guys in action. This match wasn't exactly a barn burner, but we can't expect every superstar to be on their head game every time. Uuuuh! Uuuuh! Huge victory here in one on one action. I could watch them go at it each... ... A co? Idziemy teraz dalej do tego? Zobaczymy co będzie. ... 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 und die Geschichte auf der W.W.E. Aber dein größter Beobachter ist immer wieder, wenn du im Hauptverteidiger hast und du verlierst das Phenomenon. Achtung und Stylen. Und diese Zeit gibt niemanden, der dich auszulter. Du bist alles auf dein eigenes Leben. Ja, der einzige Freund, den er noch hat, hatte sein Gehirn von Bray Wyatt und seitdem nicht gesehen wurde. Ich glaube nicht, dass er viel Hilfe wird. Nein, er wird nicht. Nun, mit dem gesagt, ich glaube, dass du Leute nicht verstehen, warum wir tun was wir tun haben. Ich habe heute einen sehr speziellen Gast, der kann auf alles, was ich gerade gesagt habe. Weil Buzz selbstverständlich benutzt ihn, um zu den Topen zu kommen, wie er uns macht. Also, wir bringen ihn aus hier. Damen und Herren, Buzz's former Mentor, Baron Blaine. Ich glaube nicht, A.J. Stylen könnte etwas höher sein, was er zu Buzz gemacht hat. Aber er hat auch, indem er von Barron Blaine hat. Wir haben nicht gesehen oder gehört von ihm, seitdem er wurde als der Masked Attacker in der match gegen Buzz in NXT. Ich hätte auch nicht gesehen, wie er noch nie gesehen hat. Er sieht sicher, wie er hatte ein schweres Jahr. Ich glaube, das ist einfach wie er sieht. Ich glaube, dass du hier rauskriegst, Baron. Kannst du allen sagen, wie Buzz dich benutzt hat, um zu den Topen zu kommen? Dann hat er dich gebrochen, Mann. Ich meine, er kostet dir alles, nicht wahr? Nein, niemand wird mit dir arbeiten. Du hast verloren, deine Indie-Promotion, deine Haus. Alles wegen Buzz. Das ist nicht genau wie alles ging, A.J. Ich war derjenige, der bei Buzz hat, nach dem Spiel zu erzeugen. Und er kostet ihm seine Schreie in der WWE. Keine Ahnung, wenn ich das nicht getan habe. Hold on. Was sagst du? Du willst nicht über alles, was Buzz gemacht hat? Ich meine, wie er hat deine Leben verlassen? Entschuldigung, aber ich kann nicht hier stehen, und verraten meinen alten Proteger. Nicht ein Tag dauert, wo ich nicht wünsche, dass ich zurückgebracht habe. Und ehrlich gesagt, ich verdomme alles, was mir passiert, weil ich sie. Ich kaufte dir ein Flugzeug, damit du hier rauskriegst, und sagen alle, wie großartig ein Buzz ist. Das war nicht das, was wir haben. Wenn ich euch erzählte, wie ich wirklich fühle, ich hätte nie diese Möglichkeit bekommen, zu sagen die Wahrheit. Was du und Finn Balor gemacht haben zu Buzz war viel schlimmer als alles, was ich gemacht habe. Zumindest hatte ich gute Intentionen. Ich wollte nur sagen, dass ich nicht mehr stolz auf alles, was Buzz hat gemacht. Und ich kann nicht warten, um ihn zu sehen, zu verletzern dich bei WrestleMania und zurückzunehmen seinen Universal Titel. Das ist so schön. Ich denke, ich habe nur genug gehört. Oh, es Buzz! Oh, es Buzz! Ich bin jetzt dieses Titel. Wir wollen, wir wollen, du 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 du. Wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen. Daaaboo! So. Was jetzt? Das Jebgo! Ich habe hier the bestand, ob ich es nicht. Okay, es wird. Schau mal. Es wird. Oh Well, I never thought we'd see this hey it takes a big man to forgive something like that nor a foolish man How long until Baron turns on him again, okay? We won't know Okay, let's see what he's going to do You might be wondering why Finn is out here with a gift Well, it's not for me It's actually for someone we had some battles with recently No, it's not for Buzz either His gift is coming at WrestleMania when I give him the gift of defeat This present is actually for Triple H So Triple H, if you wouldn't mind, come on out here so we can give you What? 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 Time to play in the game What could this possibly be all about? I know it's not a birthday gift, Triple H's birthday is in July Why would you know that? I'm a historian Okay, oh Okay, okay Okay, okay Okay, okay Wir müssen sicher sein, dass wir cool sind. Wir haben dir dieses Wettbewerb. Gehen Sie bitte. Sie haben ihn eine Fettbewerbe? Wir haben sogar die Schleifte, damit du kannst du deine Wälder zeigen. Was ist das alles? Wir haben uns gedacht, dass du wirklich nicht magst Buzz, und wir sind positiv, dass du alles in deinem Macht hast, um zu garantieren, dass er nicht den Universalen Titel bekommt, oder? Du kannst du den Special Guest-Referee in WrestleMania sein. Also, was du denkst? Das ist eine großartige Idee. Ja! So gut. Die Wettbewerb ist jetzt 3 auf 1. Du denkst, Buzz ist hier und wird das Wettbewerb? Nein! Das muss ich jetzt mal sehen. Das muss ich jetzt mal sehen. Ich habe keine Chance mit Finn Balor auf der Seite, und Triple H auf der Seite. Das ist da, dass du falsch bist. Denn in WrestleMania, ich werde nicht selbst sein. Ich werde jemanden in meinem Umfeld, um die Wahrheit zu sehen, um mich zu sehen. Und dieser Mann ist Baron Blade Baron. Okay, jetzt Buzz hat zumindest eine Chance. Ja, wenn er bei Baron kann, weil wenn er kann, dann wird er sein, wenn er in WrestleMania sein wird. Oh, Rengor! Oh, Rengor! Oh, Rengor! Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, der WrestleMania ist. Ja, der Putin hat schon. Ja! Wir wollen, wir wollen wir wollen wir wollen wir wollen wir wollen. Was ist das? Du hast einen anderen Tipp für mich? Nein, ich meine, nur was, was ich noch zu sagen, ist... Danke. Für was? Für alles? Für mich verabschieden, für mich zurück in deine Leben? Schau, wir brauchen nicht alles in Ordnung, Mary. Ich weiß, aber wenn es nicht für unsere Vergangenheit wäre, nicht hier heute Abend. Und es ist unglaublich, dass wir sind. Ich bin ehrlich gesagt, wenn du zuerst in meine Wrestlinge gekommen bist, ich glaube nicht, dass du sehr viel zu geben würdest. Danke. Aber du hast du hart und mir falsch verabschiedelt. Und du hast mich gewonnen. Und du hast mich nicht gewonnen. Ich habe mich einfach zu verabschieden. Ich habe mich einfach zu verabschieden. Deine Träume, meine Träume. Und ich habe mich über dich zu leben, nicht für dich. Aber es ist heute Abend deine Nacht. Es ist heute Abend. Es geht darum, deine Träume zu verabschieden. Und ich werde alles mit meinem Macht, um den Träume zu verabschieden. Das bedeutet wirklich viel. Aber, ehrlich gesagt, lasst uns keine Träume für, nachdem ich gewinnen meine Titel zurück. Okay? Okay, gut. Hey, wie geht es um BCW Handshake? Oh. Was? Oh. Oh. I don't know if I remember how to do it. I bet you do. Huh? 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 Let's go! To jest nie fair! Dlaczego chat mi się skasował? Cool to match? To jest nie fair. Ja, ja jestem taki stiltowany. Heute in der WrestleMania ein Buz kommt aus der größten Stadion, um zu erreichen, um seine Universalste Titel zu erreichen. Aber er wird nicht alleine machen. Er wird seinen Mentor sein. Wer würde sogar sagen, dass sein Vater sein. Baron Blad zu seinem Augen. Sie hat er aus dem Kode, Cole. Das ist Baron's zweite Chance, um seine wahrsten Farbe zu zeigen, Corey. Wie ich meine, er hat nur eine wahrsten Farbe. Zwar. Das ist nicht fair, das ist nicht fair. Fuck my life. Fuck my life musiała skasować. Aber das ist nicht fair. Das ist nicht fair, das ist nicht fair. The following content is scheduled for one fall. And is for the WWE Universal Championship. Das ist also auch gut. Das ist aber auch an dem Spall an dem Team. The van is back. What a WrestleMania moment. Buzz is sending a message to AJ Styles in Triple H. You can beat him down. Even set him on fire. But he'll still persevere. That will unfortunately for Buzz fancy entrances don't win matches. The power... Is he in the Cs? We won't none. I guess. We won't none. We won't none. We won't none. Okay. Okay. Oh! The Lady Destroyer! Woo! 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 Brutal! Uh! Woo! Woo! N- Woo! Warum nicht das? Okay, ich habe es. Let's go! Let's go! Hahahaha! Oba das gleiche. Das ist nicht so gut, aber okay. Ich denke, ich glaube, dass Buzz so vieles von Angst und Revenz hat. Das ist ein Knack Breaker. Ich werde Yellow machen. Ich werde Yellow machen. Frankensteiner. Ich habe es in der Liste. Das ist nicht so gut. wir haben es in der Liste. Wenn du mir fragen, ob man das gewinnen hat, dieser ist in der Liste. Und jetzt? Nein, jetzt? Nein, jetzt. Nein, ich habe es nicht. Ich habe es nicht mehr, aber dann kann ich es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr, Du musst dich auf den Rücken mit diesem Mann und kommst komplett nicht auf die Hände. Diese Sache scheint, dass es sich aus dem Liste, in einer Runde, und du kannst, dass er sich etwas anderes machen, Nein, nein, nein! Da ist es! Oh, oh, oh! Ja, ja! Da ist es! Ja, da ist es! Ja, da ist es! Ja, da ist es! Ja, da ist es! Nein, da ist es! Das ist so schön! Nein, da ist es! Das ist so schön! Nein, da ist es! Das ist so schön! Ultra! Da ist es! Shoulder rock! Jetzt! No! Wstas! 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 Dropkick nie trafił! I? Skippslam? Nein! 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 Brain Buster? Oh! I'm dead! I'm just in aあсь! Nein! I'm dead! I'm lost! Yeah! I'm dead! There no! Es gibt viel Gas in der Tank, AJ immer die Süden stolz und heute Nacht ist kein Excepter. Nein, es ist kontrolliert mich. Aber es ist kontrolliert mich, ich weiß nicht. Es gibt nichts. Wow! Nein! Wow! Wie ist es? Wo ist es? Ach, es ist ein Pfeil. Das versteht mich nicht. Oh, okay, ich sage, ich sage. Es gibt keine Kontra. Und du hast mein Plum Plum Slam. Plum Plum Slam. Du hast Plum Plum Slam. 1, 2, 3, 2, 3, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 12, 1, 2, 1, 2, 1, Und endlich... Easy! Er hat es gemacht! Er hat es gemacht! Against all odds, er hat er aus den Aschinen, um seinen Universal titel zu gewinnen! Enjoy this moment, Buzz! Because your dreams are now a reality! Did we do it? No? Ok. I knew it! No! Damn it! I can't get it! A sign of respect from Triple H? We have truly seen it all! I think I'm going to be sick. I know I've been critical of them in the past. It has earned every bit of this tonight through hard work and perseverance. Congratulations, Buzz! You're such a champion! Woo! Tersa? We want none! Ok. We want none! We want none! We want none! Ok. Sitematches. We want none! We want none! Ok. We want none! I would have to buy 20! I don't think I'll do it for a year! Maybe 20! Maybe 21! We'll see! Maybe something will happen! Maybe we'll see! Maybe we'll see! Maybe something will happen! Maybe we'll see! Have a nice day! Thank you for the game together! We've finished the game at the end! See you! Bye! I'll see you next week! Time you're at... ãy subscribe cho k benefits! Please. See you next week! Bye! Vielen Dank.